Das war der Kasper, du spinnst du? Was hast du nicht gesagt, ich suche dir ein Lied spielen, für Kaspern, der Kaspern. Was du schon für mich nicht spielst, dann spielst du auch für die Gäste. Spiel für unsere Gäste, du hast ein tolles Publikum, spielst jetzt die Karinettmuggel. Ich bin überzeugt, die katschen alle mit. Niemals. Sprecher. Die Staukürtler. Die Staukürtler, da schau. Einen kräftigen Applaus für unsere Kollegen, die Staukürtler. Alles Applaus. Aber die Katschen... Aber jetzt reiß die zusammen, Alter. Ich weiß nicht, drei Mal. Ja komm. Geht schon, komm. Okay. Kann man es auch. Einen stecken. Stimmen. So, wo sind die Hände? Auf geht's. Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Ja. Geht schon. Auf, auf, auf 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 Auf, auf, auf Auf, auf Auf, auf Auf, auf